Bist du safe zone? Bist du auf die Aufnahme gestoppt einfach? Weiß es nicht. Ich auch nicht. Warte mal ich leg mich mal ganz schnell hin. Warte mal ich leg mich mal ganz schnell hin. Ach ne egal ist scheiß drauf. Ich hoffe, der hat nicht zu lange aufgehört zu spielen, äh, zu Ding, zu laufen. Wollen wir mal hoffen, ne? Ah. Scheiße Wölfe, Alter, dann hätten wir auch mit dem Scheiß. Oh, fuck. Wie komme ich jetzt ungesehen zu Rocky Ford? Boah, ich fühle mich gerade übrigens voll nackig, Alter. Du kriegst doch gleich dein ganzes Zeug wieder. Alter, wenn du jetzt stirbst, ne? Dann ist es richtig kacke. War ich hier am Arsch? Oh, und ich überlege gerade, wie ich ganz sicher ganz schnell nach Castle Pine komme. Durch den Wald. Ja, aber ich muss ja an Rocky Ford vorbei. Ja, gehst du halt da rechts vorbei oder durch die Wald halt wieder vor dem? Oh, jetzt bist du wenigstens auch mal gestorben. Ja, und cool mäßig. Und cool, und cool, und cool. Ist halt so. Muss ich auch schon mit allen. Über den Berg, Alter. Ich weiß nicht, ob du über den Berg kommst. Du musst am Berg lang gehen. Ich hoffe es, ich komme am Berg lang, aber über den Berg, Alter. Ich habe gerade richtig Schiss, auch wenn ich nachts die Physio habe. Du brauchst nur, Alter, wenn du nicht drauf gehst. Dann ist alles weg. Alles. Alles, was wir uns erspielt haben. Alles, was wir uns eben erspielt haben. Und den Rucksack, alles. Außer die guten Waffen. 23 Leute sind hier drauf. Scheiße. Zombies, bin ich froh, dass jemand über den Berg gehen kann, Alter. Am liebsten würde ich mich ausloggen, aber es wird dir nicht helfen. Würde mir nix bringen. Es würde dir auch nix bringen. Irgendwann musst du wieder rauf und mich irgendwie... Ja. Das stimmt schon. Mann, 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 Mann. Aber das war auch schwierig. Du wurdest getötet vom Zombie, ey. Ja, ich habe das nicht gesehen. Ich habe dieses wüsste... Das geht's dir alle für mich. Ja, ich hatte schon zwei. Den dritten habe ich überhaupt nicht... Das habe ich überhaupt gar nicht gesehen. Ja, das ist scheiße. Aber wenigstens habe ich dein Zeug noch. Schäfer ist ein Spieler gewesen. Ich hätte sie ihn töten müssen. Ah, okay, ja. Ich war eine Alternative gewesen, hast recht. Ich habe jetzt die Taschenlampe da gelassen, ne? Hast ja wieder eine. Ja. Und du hast auch Verbände wieder. Ein Verband, ja. Ein Verband, Essen und Trinken, hast du ja auch jeweils eins. Alter, scheiße. Hast du den Verband genommen, der bei Wurzelt war? Ja. Den brauchte ich. Dafür sind aber Antibiotika drin, noch. Ja. Alter, ich bin gleich safe zone, ich bin gleich da. Ich muss nur an diesem großen Berg hier vorbei. Da musst du einfach nur am Berg lang gehen. Ich glaube, den Berg komme ich nicht mehr auch. Hier muss ich runter. Direkt am Berg lang gehen, genau. Am besten kommst du auf mich ein bisschen zu, sodass ich dir dein Zeug schon mal ein Teil wiedergeben kann. Dann fühle ich mich nicht mehr so unsicher. Ja, ich versuch's. Weil, ich weiß ja nicht, wie viele Leute jetzt schon wieder in Rocky IV unterwegs sind. Ja, und ich... ...wennst du halt die Schusswaffe gebrauchen. Ja, und darauf habe ich keine Lust. Das ist jetzt das Problem. Ach Gott, und ich wollte eigentlich die Facecam anmachen. Und ich hab's schon wieder verpeilt, sie anzumachen. Ich will auch gleich einen... ... machen, weil ich hab Hunger. Du hast Hunger. Auch in Real Life. Wie sagst du Hunger? Hunger habe. Wischst du, das ist Wahnsinns. Ist das etwas verboten? Ja. Schäm dich. Wir können uns oben auf dem Berg treffen. Was für ein Berg? Oh, wir wollen es immer treffen zum Campen. Na ja, da muss ich jetzt einmal wieder die ganze Straße rüber. Ähm... Ich hab das sowieso, aber... Ich habe gerade eine schlechte Neuigkeit. Was denn? Ich sehe einen Spieler. Wo denn? In Rocky IV. 2 oder 1? 1. Bewaffne Taschenlampe. Weiß ich nicht. Dann bleib erstmal, wo bist du denn jetzt? Warte, du bist jetzt... Weiß ich nicht, was wir zu machen. Oh mein Berg, ich... Ich hocke jetzt gerade da lang und krieche da lang. Tu so, als ob ich, äh... Nichts von ihm will. Weil es dann auf mich zukommt, äh, tötte ich ihn natürlich. Hat er dich jetzt schon gesehen? Der ist ums Haus gekrochen. Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Ich will mich natürlich jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit, äh, erregen. Jetzt? Am See. Am... Am See. Ja, wo du das allererste Mal getötet wurdest. Ja, ja, ja. Komm, die jetzt so weit, wie... Ich komm, die jetzt so weit, wie möglich, entgegen. Hier entgegen. Aber wenn ich sterbe, bringt das eigentlich nichts, weil ich hab nicht viel. Ja, trotzdem. Ich bin gleich vor der Safe Zone. Ja, ja, komm, einfach rübergelaufen. Gerade rüber. Über die Straße, nicht in der Safe Zone. Ich mach's. Ich mach's. Weil dann könnten wir uns vielleicht den Spieler hier unten noch schnappen. Mensch, Leute, was macht ihr bloß mit uns? Kack Zombies, Alter. Aber ich wette, da ist übelst gutes Zeug in den Tunnel, weil wenn da nie einer reingeht. In den Tausenden von Zombies. Oder da ist nur Scheiß-Zeug. Äh, das wäre übelst kacke, Alter, übelst zu sein, wenn das... Dann würde das nicht so übelst bedacht von Zombies werden. Wird bewacht von Zombies, so. Der Spieler ist noch da. Das hört Taschenlampe aus, nämlich falls einer von der Safe Zone kommt. Ah, ja, ja. Wird jetzt nicht so gut. Ich seh ja auch nichts. Ich könnte keine Nachtsicht jetzt gebrauchen. Was könntest du gebrauchen? Deine Nachtsicht. Nachtsicht, ja, das hab ich. Ich brauch nicht von dir hier, gut. Das ist Glatschung. Kommst du gerade rüber Richtung Rocky Forte, oder ist mich gerade hoch? Ja. Ich hoffe, jetzt kommt er gerade einmal rüber. Dein Feil seh ich noch nicht. Ich auch noch nicht. Du läufst gerade hoch, zu Safe Zone, wie das aussieht auf der Map. Ich wäre fast nach unten gegangen, wenn er auf der Straße. Ach, da, da, ja, gut. Ich seh gleich deinen Pfeil. Ich seh hab ihn schon. Ja, ich seh ihn. Komm schon, das Schatten da. Wenn, will wir das schaffen? Nein, wir schaffen das nicht. Oh, das ist nicht gut. Ich brauch leider kein Fernglas mit. Da lag aber eins. Nein. Den hab ich noch gesehen, als ich da gestorben bin. Das sah auf jeden Fall so aus wie eins. Ne, ne, war aber keins. Bei der Taschenlappe vielleicht. Ich bin immer noch am Berg. Ich bin jetzt bei der Straße, also bei diesem. Ja, ja. Ja, ja, ja. Die kann man sich nennen. So. Oh Gott. Scheiß jemand, ey. So, jetzt seh ich nicht mehr, ob jemand kommt oder nicht. Ich seh nur deinen Pfeil. Ja, ich seh nicht mehr. Ne, ich seh nur noch deinen Pfeil. Und da ist es mir grad scheißegal. Ich lauf jetzt hier die ganze Zeit sicher im Kreis. Pass auf, dass ich nicht von oben... Bin ich denn auf dem Berg? Ne, ich bin nicht auf dem Berg. Ich bin vor einem Baum. Ach, dumm, ich komme jetzt. Ich komme mir an den Pfeil immer näher. Ja, ja. Müsstest gleich den Berg hochkommen. Ich will einen Spieler da unten haben. Ich muss jetzt mal einen Taschenlampen sehen. Ich seh keine Taschenlampen. Und gleich, boom, tot. Da, jetzt seh ich sie. Oh Gott, das blendet. Mach's aus. Nein, da sind dich die ganzen Leute. So. Ne, ich muss erst mal kurz hier... Hier. Ich steh hier hinten, ne? Strohflinte. Doppelflinte. Boah, immer mal einen Rucksack, Alter. Das könntest du alles nicht mitnehmen. Ja, warte. Ich muss erst mal ein bisschen was rauslegen. Die Maske liegt neben dir, ne? Thanks. Den hast du ja, weil... Pistole hast du schon? Nein, das ist ein Flugzeug. Warte. Pistole. Ähm... Armbrust. Du hast mir nur die Tarnung gegeben, nicht den, ähm... Ja, ja, weiß ich. Weiß ich. Der Rucksack ist zu voll. Warte. Da ist der Rucksack. Musst du was rausschmeißen und den Rucksack nehmen. Jetzt alles aufsammeln, ganz schnell. Nicht mit. Alles mit. So, okay. So. Deinen Rucksack brauche ich nicht, ne? Nö, nö. Du bist doch wieder. Eigentlich fühle ich mich nicht mehr so nackig, ey. Jetzt fühle ich mich aber ganz nackt, aber wechseln fühle ich mich jetzt nicht mehr so unwohl. Oh, ich hoffe, wir kriegen den... Wollt ihr mit diesem Kopf hin? Der ist nicht gut. Wo ist er denn? Du musst ihn sehen. Der ist hier nix. Der ist hier überhaupt gar nix. Ne, ich lauf schon vor. Ich lauf einfach hinterher. Ich muss mich wieder decken, halt schützen. Vertrag das nicht, du Stern. Ich mein, der war's dafür nicht aufgebaut. Siehst du denn den Spieler? Nein, wir gehen wieder unten einfach hin. Mann, 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 Mann. Ich hoffe, dass er uns jetzt so langsam entgegenkommt. Aber wir gehen nicht in den Tunnel, oder? Nein, nein, nein. Können wir von der anderen Seite reingehen? Nein. Ja, Tunnel ist totes. Oh, cool. Hast ja gesehen, wie schnell du stirbst. Ja. Einfach zu viele Zombies, du kannst nicht einzeln, Newton. Doch, mit mehreren Leuten geht das. Ja, du kannst dir aber nicht einzeln ziehen. Als zweites ist das echt scheiße, ohne Schusswaffen zu benutzen. Ja, das stimmt. Mein Schusswaffen ist unsicher. Für Zombies. Egal. Wo ist denn der reingelaufen? Gasmaske, Verbände, wunderbar. Mein Zombie. Ich bin echt unsicher, wenn ich mich sehe. Ich hasse das. Willst du Nachtsicht haben? Nimm mich deine Maske. Das brauche ich nicht. Ich habe für dich. Wo? Was denn? Was war immer voll mit drin? Jetzt gehen wir langsam raus. Ich sehe keinen, deswegen ja. Deswegen gimme ich jetzt raus. Ne, erst doch raus. Danach Post Office. Also, ich kann nichts dagegen, dass es Tag wird. Du? 2U21 haben wir's. Hier liegt Antibiotika. Wo? Kommt ein Zombie. Ach du, ich bin's. Ich gehe ins Haus. Ja, ja, ich weiß nicht, ob ein Zombie drin ist. Ich geh vor. Ich geh nachgucken. Tüte Chips und... Was, was ist das? Garten? Garten. Geil. Glock einfach dein Fire, Alter. Du musst echt aufpassen, wo du mit deinem Teil hinfällst. Weil wenn du mich nicht siehst, du dich einfach erschlägst, ist das echt nicht... Ne, ich sehe jetzt ein bisschen mehr. Post Office. Oh, war's da schon? Ne. Ich bin dir immer hinterher gelaufen. Also, der Typ ist weg. Das war ich so nicht. Das war irgendwie safe zone. Ne, safe zone war er nicht. Ja, ja. Ja. Mittlerer Rucksack? Ja. Ich hab einen großen, oder? Ja. Geil. Jetzt auch nichts mehr hinten. Ist egal, ich hab einen mittleren Rucksack. Da hinten ist nichts. Sieht doch schon mal wechseln, was Anständiges aus. Jetzt fühl ich mich auch nicht mehr so nackig. Es fühlt mir doch einen Schützen, dann bin ich glücklich. Ja. Ich bin echt gar nichts, Leute. Feuerwehrhelm. Tüte Chips. Bitten hier rein. Kanupaddel. Schokoriegel habe ich schon mitgenommen. Ja, ist leer, ist leer, ist leer. Da steht ein Zombie. Ja, ja, um den kümmere ich mich kurz. Das ist die Antibiotika. Hä? Das ist die Antibiotika. Antibiotika hat voraus, kann sein, dass wir den Zombie hier abkriegen, hier vorne. Ja, nehme ich, ist meiner, ist meiner. Irgendwie immer, wenn wir hier in dem Dorf sind, sind nie andere Spieler da. Erst wenn wir irgendwie rausgehen. Das ist doch geil. Ja, aber ich habe Angst, dass es irgendwann mal ändert. Das stimmt. Das sind hier, eine Zuckerstange. Jetzt kommt ein Zombie, glaube ich. Achtung, ich stehe vor der Tür, ne? Kommen Zombies, kommen Zombies? Ja. Ja. Gut. Drei Stück. Schaffst du es, schaffst du es. Ja, ich schaff das. Ja, komm, komm, geh doch einfach mal drauf, alter. Wieviel Leben hast du noch? Ah, nur mein Kopf ist weg. Achso, ja gut. Los, weiter geht's. Jetzt haben wir es. Drei Uhr, alter, alter. Was? Wieviel? Drei Uhr. Machen wir jetzt kurz eine Aufnahmepause dann? Na, ich doch nicht mitten im Dorf. Schoko-Riegel. Schoko-Riegel. Wasser? Ich nehme das aus hier. Pass aber auf, ne? Komm, Zombie.